Schau, was geschah, als der Mann testen wollte, ob Haie einen Tropfen Blut riechen können. Es war ein heißer Sommertag an der Küste Floridas, als der junge, abenteuerlustige Meeresbiologie-Student Alex Thompson beschloss, ein Experiment durchzuführen, das seine Freunde und Familie für verrückt hielten. Alex hatte schon immer eine Leidenschaft für das Meer und seine Bewohner gehabt. Und nach zahlreichen Studien und Geschichten über die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Haien war er entschlossen, eine alte Legende selbst zu überprüfen. Können Haie wirklich einen einzigen Tropfen Blut riechen? Mit einer Mischung aus Aufregung und Nervosität machte sich Alex auf den Weg zum Pier, wo ein kleines Forschungsschiff auf ihn wartete. Er hatte eine spezielle Vorrichtung vorbereitet, einen robusten Käfig, der ihn im Falle eines Falles vor den Haien schützen sollte. An Bord des Schiffes war auch eine kleine Kameracrew, die jedes Detail seines waghalsigen Experiments dokumentieren sollte. Die Sonne stand hoch am Himmel, als das Schiff in Richtung des offenen Ozeans ablegte. Die Crew war still, die Spannung war greifbar. Alex überprüfte ein letztes Mal seine Ausrüstung und die kleine Ampulle mit menschlichem Blut, die der zentrale Bestandteil seines Experiments war. Als das Schiff den Zielort erreichte, einen abgelegenen Punkt weit weg von den belebten Stränden, wurde der Käfig langsam ins Wasser gelassen. Mit zitternden Händen stieg Alex in den Käfig. Die Kühle des Wassers und die Enge des Käfigs ließen ihn frösteln, doch seine Entschlossenheit trieb ihn voran. Er hielt die Ampulle fest und wartete auf das Signal der Crew. Sobald alles bereit war, öffnete er die Ampulle und ließ einen einzigen Tropfen Blut ins Wasser fallen. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Die Minuten verstrichen quälend langsam und das Wasser um ihn herum blieb ruhig. Doch dann, wie aus dem Nichts, bemerkte Alex eine Bewegung im Wasser. Schatten huschten vorbei und er konnte die Umrisse der Haie erkennen, die sich näherten. Seine Anspannung wuchs, als die ersten Haie um den Käfig zu kreisen begannen. Die Kameracrew filmte die atemberaubenden Szenen, während Alex Herzschlag in seinen Ohren dröhnte. Es war unglaublich. Die Haie hatten den Tropfen Blut tatsächlich gewittert und reagierten darauf. Die Haie wurden zunehmend neugieriger und aggressiver. Alex konnte die scharfen Zähne und die kalten, berechnenden Augen der Raubtiere deutlich sehen. Die Situation wurde immer gefährlicher und das Team an Bord wusste, dass sie schnell handeln mussten. Mit vereinten Kräften begannen sie, den Käfig zurück an die Oberfläche zu ziehen. Alex klammerte sich an die Gitterstäbe und hoffte, dass er sicher zurück an Bord gelangen würde. Endlich erreichte der Käfig die Oberfläche und Alex wurde aus dem Wasser gehoben. Er war sicher zurück an Deck. Erschöpft. Aber auch euphorisch. Das Experiment war ein voller Erfolg. Und er hatte bewiesen, dass die Legende wahr war. Haie konnten tatsächlich einen einzigen Tropfen Blut riechen. Zurück an Bord wandte sich Alex an die Kamera und teilte seine Gedanken. Das war das aufregendste und gefährlichste Erlebnis meines Lebens. Wir haben heute gesehen, wie unglaublich empfindlich die Sinne dieser Tiere sind. Es ist eine Erinnerung daran, wie wenig wir über die Wunder der Natur wissen. Die letzten Aufnahmen des Videos zeigten beeindruckende Unterwasserbilder der Haie, die weiterhin neugierig um das Schiff schwangen, gefolgt von einem atemberaubenden Sonnenuntergang über den ruhigen Ozean. Alex hatte nicht nur ein wissenschaftliches Rätsel gelöst, sondern auch eine Geschichte erlebt, die er nie vergessen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President